Liebe Wählerinnen und Wähler, als ich Rita Schwarze-Löhr-Sutter vor Jahren das erste Mal sah, habe ich gedacht, Donnerwetter. So eine Frau, gut ausgebildet, lebensklug, erfahren, engagiert, die kann was bewegen in der Politik. Und sie hat das inzwischen. Ich arbeite seit vielen Jahren mit ihr zusammen in der Bundestagsfraktion. Sie ist Expertin für Wirtschaftsfragen, ist Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft und Technologie, aber eben nicht nur das, sondern sie kümmert sich insbesondere um das Rückgrat unserer Wirtschaft, um den Mittelstand, ist als Mittelstandsbeauftragte gleichzeitig zuständig für das Handwerk und sorgt sich darum, dass auch das Handwerk der Mittelstand insgesamt noch gute Bedingungen in der Zukunft haben. Aber Rita Schwarze-Löhr-Sutter kümmert sich nicht nur um die große Politik in Berlin, sondern sie ist auch ganz nah bei den Menschen in ihrer badischen Heimat, weiß, wo der Schuh drückt, weiß, dass die Menschen auch im Alter mobil bleiben wollen, dass der Arzt erreichbar sein muss und dass Wohnungen altersgerecht umgebaut werden müssen, können Pflegekräfte genügend und gut ausgebildet zur Verfügung stehen. Um das alles sorgt sich Rita Schwarze-Löhr-Sutter. Sie ist eine Abgeordnete, die zupackt, die nicht theoretisiert, die nicht ideologisch verblendet ist, sondern die sich um die Menschen kümmert. Solche Abgeordneten brauchen wir in Berlin und deshalb, liebe Wählerinnen und Wähler, bitte ich Sie ganz herzlich. Sorgen Sie dafür, helfen Sie mit, dass Rita Schwarze-Löhr-Sutter zurückkehrt und auch meiner Fraktion, der SPD-Fraktion, im Deutschen Bundestag in der nächsten Legislaturperiode angehört. Wir brauchen Sie und Sie brauchen Sie auch. Vielen Dank.